Moin Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu Manchester United Karriere. Wir starten rein in die vierte Episode und in die zweite Saison zum ersten Mal. In einem FC24 Karrieremodus gehen wir rein in die zweite Saison. Aber auch hier stehen wir kurz vor dem Aus, denn es war eine Katastrophen-Hinrunde. Und ja, wie wir transfertechnisch angreifen werden, um das zu verhindern und besser zu machen, seht ihr nach dem Intro. Glory, glory, man United! Glory, glory, man United! As the Reds go marching up, up, up! Und ein Mann, den ihr zurück wolltet, ist jetzt wieder da. Sofern am Rebatt wechselt für 28 Millionen zurück zu Manchester United. Und jetzt habe ich euch einen Wunsch erfüllt und jetzt müsst ihr auch mehr einen Wunsch erfüllen. Lasst doch gerne ein Abo da, liked das Video und schreibt einen Kommentar rein, was wir in dieser Saison der Premier League und in der Europa League erreichen können. Und ja, das war wahrscheinlich die kürzeste Manchester United Folge oder Karrierefolge in meinem Leben. Wir werden einfach instant entlassen. Ähm, glaube ich zwei, drei Minuten Video macht Bock. Manchester United Rebuild auch absolut gescheitert. Das heißt, wir brauchen wieder mal eine neue Karriere. Ich glaube, es hat niemand Bock auf eine Sheffield Karriere. Ja, deshalb werde ich jetzt eine Umfrage starten, wo ihr zwischen drei Teams, die in Real Life Probleme haben, entscheiden könnt. Also, wahrscheinlich wird es die FC Basel, Ajax Amsterdam oder Olympique Lyon sein. Es tut mir wirklich leid, dass ich keine Karriere auf die Reihe bringe. Und ja, auch hier nach Leicester, nach Augsburg jetzt auch die Manchester United Karriere gescheitert ist. Es tut mir wirklich leid. Und somit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wo es dann reingeht mit der VfB Stuttgart Karriere. Ihr habt ja abgestimmt, dass es Stuttgart wird. Und somit ist der Fall klar. Somit sehen wir uns dann wieder. Ciao, ciao. Ciao.